Was sagen, wenn man schneller fährt, verbrauchen wir deine Ausdauer. Wir wollen ja fertig werden, ja heute noch. So. Wir können aber ein paar Geräusche mal. Ah ja ja, in das nächste große Update kommt wieder das Spiel. Keine Ahnung. Wir warten immer noch, jetzt Stand 8.4. Schauen wir noch auf die bezahl DLCs für Valhalla und für Watch Dogs Legion. Da kommt einfach nix. Muss man also sagen, also enttäuschend. Ein bisschen. Also man vertraut den Leuten von Ubisoft schon sein Geld an. Im Vorfeld. Um dann enttäuschend zu hören. Oh, bin ich falsch gelaufen. Jetzt muss ich von der anderen Seite verweinen. Wie es scheint. Nicht. Wie komm ich denn dann da ran. Okay, von oben. Kletter doch auf die Mauer drauf, meine Güte. Ah, von oben entspringen. Okay. Äh. Hatte ich schon ultra kompliziert gemacht, ne? Brauchst du es so kompliziert? Ne. Warum ist es so kompliziert? Ja. So, haben wir das auch. Ach. Wenn ich dem Spielentwickler was vorschlagen müsste, dann würde ich den vorschlagen einfach mal. Wie. Den Raben als Beispiel einfach zu machen, wie. Bei. Bei allen anderen ist das das Griechen davor. Also. Odyssey Origin. Ja, zwar ist das an sich unfaires Mitte. Der Raben gewesen. Der Vogel dabei ist es tauben besser, als das wir jetzt haben. Weil jetzt ist einfach nur. Kacke. Nicht gut. Nicht schlecht. Äh. Doch. Schlecht schon. Nur nicht gut. Weil jetzt habe ich wieder diesen Ort. Wo ich einfach nur ein Exklusionsfass brauche. Dass aber einfach nirgends verkriege. Warum auch immer. Dass ich meine Wut an armen Schafen haus. Und diese Wut hat mich dazu getrieben, das Fass zu finden. Dafür mussten aber einige Tiere sterben. Nur weil ich den Sterbmeinen Fass gekriegt habe hier. Weil wie komme ich denn mit dem Ding hier hoch? Wäre auch mal interessant zu wissen, oder? Wäre ich denn mit dem Teller hochgekommen, by the way? Hierüber. Das ist auch kacke. Hä? Da geht das hier vielleicht doch. Ne. Soll ich denn da hochkommen mit dem Fass? What the fuck? Komm ja, sitz auf. Nicht so leicht. Nicht hier hoch vielleicht? Ne. Hier, dann da. Springen sie einfach doppelt. Nice. Good story game. Da ist schon wieder sie springen einfach bei den Ecken doppelt. Warum? Okay, wenn sie nicht... So, danke. Oh, okay. Hat sich also erledigt. Ja, wie komme ich jetzt da hoch mit dem Scheißfass? Die krasse Werferin ist die auch nicht, falls das nicht aufgefallen ist. Was soll ich denn da hinkommen? Außenseite ist ja auch nichts. Ja, hier ist ein toller Aufgang, aber... ...der bringt mir genau nichts. Nichts. Ach so. Einfach mal... ...einwie hochglitschen, okay. Okay, cool. Macht Spaß so. Wo ist jetzt das Ding? Ja. Unter den Trimmern begraben, okay. Okay. So. Cool. Und haben wir jetzt jedes Gebiet... ...heißt? Wahrzeichen? Sicher wie so mal so ein Companion, was ich alles so hier habe. Machen muss? Hm. Wohl nicht. So. Der letzte Ritter ist tot. So. Der hat mir Hinweise auf gar keinen gegeben. Cool. So. Haben wir jetzt alle Orte abgeschlossen? Nein, haben wir nicht. Nicht alle Regionen. Schauplätze haben wir aber auch noch nicht alle. So. Plätze. Okay. Wir haben jetzt 24 von 72 Personen. Und eine Gruppierung fehlt uns auch noch. Gegner haben wir aber alle schon gefunden. Hier können wir eine Gruppierung nicht gefunden haben, aber alle Gegner. Dann haben wir eine Gruppierung, die nicht unser Gegner ist. Das ist also die einzigste verständnisvolle Lösung, die ich dafür hätte. Jetzt. Das ist das auch nicht. So. Ich spiele auch schon wieder viel länger als ich eigentlich wollte. Das Liebesbild des Tages. Rezeptgrafik des Tages. Aha. Und Staphia. So. Atlas. Norwege. Da haben wir auch noch was, ne? Das finde ich jetzt einfach mal hier in Reise. Ganz doof gefragt. Was passiert dann? Misstrauensgebiete. Alle misstrauen sie uns. Uns und unserem Isoburgen. Was hat der Isoburgen gebraucht? So. Ja, hier haben wir noch einiges am Opalen, ne? Aber wir haben auch noch das hier. Das Gebiet hier. Das dürfen wir auch inzwischen bereisen, weil wir dafür stark genug sind. Und hier haben wir auch noch hier 50 Mal neue La- Neu spielen. Weil wir eh- Dürft sich nicht eigentlich hier- Kann ich nicht hier aufhalten? Mal drauf gefragt. Irgendwas gefangen? Heute nicht. Es beißt einfach nichts an. Zu viele Schiffe wählen das Wasser auf. Ich hab nicht die Geduld, um mit der Route zu angeln. Mit dem Bogen wäre ich sicher besser. Fische mit dem Bogen schieben? Ja genau, schon. Quatsch, quatsch. So. Hier noch ein Händler. Hallo. Hallo. Was hast du denn für mich? Das habe ich auf jeden Fall da. Oh, das ist gut. Eine weise Entscheidung. Für so etwas habe ich kein gutes Auge. Ich glaube hier. Da darf ich mehr handeln dürfen und so. Was als erstes, was ich mache, ist auch Leute umbringen. Einfach mal Leute umbringen, ne? Ah, ganz ja. So. Kann ich hier doch upgraden oder was? Da haben wir die Schmiede. Jemand, der sie betreibt. Sie scheint. Das ist Haus der Seherin, ne? Das ist auch noch von keinem betrieben wird mehr. Nö, nö, nö. Nix los hier. Dann darf ich nicht in das große Haupthaus. Doch darf ich. Wer will denn quatschen mit mir? Hallo. Bin ich immer gespannt. Hallo. Vater. Ava? Haben wir uns nicht schon verabschiedet? Das haben wir. Ich... Ich wollte nur, dass du weißt, alles was ich tue, tue ich für Seagurt. Du warst so lang von Rache erfüllt, dass es dich ausgehöhlt hat. Und nun willst du diese Leere mit der Treue zu Seagurt füllen? Wäre das so schlimm? Nein. Doch es wird dir nicht genügen. In dir ist ein Hunger, der alle um dich herum verschlingen wird, wenn du nicht Acht gibst. Das ist alles. Er sagt uns, ja, du wirst hangrig. Okay. Cool story, bro. Na dann. Ja, warte mal, ne. So, im Besuch in der Heimat habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Och, und hier habe ich noch ein ganzes Camp voller Meinungsmänner, oder was? Sonderweise. Gehen wir hier. Oh, hier habt ihr schon warm? Schon warm. Aber auch sehr... ...vergiftig. Ich kann sagen, weil... Ne. Brauchvergiftung und so. Hier hatten wir... ...zwei Vögel noch. Haben wir alles gemacht. Noch ein paar Rätsel zu lösen. Den da machen und dann... Was passiert? ...dass mich auch weit erledigt. Abgesehen mal von den Copalen jetzt. Jetzt egal sind. ja doch ich will kann sagen bin ich nicht falsch hier aber ne ja da oben ist entscheid mein ziel ein paar sachen wir haben gezeigt sogar noch holen kann wenn ich mich jetzt einfach hier wieder aufhalten darf ohne probleme keine konsequenzen für mich und gegner sind auch nicht stark genug sage ich mal nur für mich was inzwischen nicht mehr behaupten enge brücke da ok war schon ein bisschen trolle polarlichter aber wir dürfen auf jeden fall hier erstmal schön dick lange klettern hier scheint komm komm mach einer mädchen ich will da hoch ich will mich gar nicht so lange hier aufhalten ich will nur das nötigste von dem guild machen und gutes komm 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 wir brauchen uns noch auf engerlande zu konzentrieren wir können unsere heimat einfach mal komplett vergessen da da welcome jump einfach hoch so einfach drei meter hochjumpen heftige boi heftige frau ich wollte schon nur sagen heftiger boi aber ist ja gar kein boi nach oben nicht zur seite ey ey boi eigentlich auch gerade nicht mehr ne kann ich euch meinen Boden nach oben Boden upgraden genau meinen Boden ne meinen Boden hätte ich keiner abgegradet so dann haben wir jetzt einfach voll abgegradete Sachen hier noise das bin doch nix Alrik Stor Stür keine Ahnung Stürbier keine Ahnung das habe ich auch nicht genug gelesen versuche einfach gar nicht richtig auszusprechen weil ich krieg es hier nicht hin naja um sowas zu lesen ok aber hier ist vielleicht auch nix los ne muss man einfach mal sagen da ist sehe ich nur ne Stadt scheinbar oder ein Wasser oder ein Lager da ist ne Stadt da ist so ein großes Haus aber sonst ist es echt nicht los hier echt überhaupt nix los so ein bisschen was ein bisschen was der Hauptschutz der Hauptschutz ist auf jeden Fall hier und ok hier haben wir auf jeden Fall ne Aufgabe nicht übernehmen dann habe ich euch auch ne coole Bucke darüber ne Aua ne doch nicht die ganze achja die Aufgabe 150 Meter Schnee rutschen ne stimmt das gibt es ja auch noch irgendwie ok wie machen schon sagen tolle Brücke aber für uns ist das ja kein ok sogar ein Pferd gestellt ok bei mir sind die 150 Meter am Stück oder kann ich mich das einfach frei aussuchen auch ja um 15 mal 10 Meter rutschen als Beispiel so so was ist dieses Geräusch oder warum ist das so so ok schalte runter zack 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 ok schalte runter zack zack die haben verkloppen wollen hm ich wünsche zu du führst keine Klinge nur Schilde nichts dringt zu mir durch außer dem Eisen wahrer Dränger Ragnar Lothburg wusste darum und bat mich kein Schwert zu tragen als Herausforderung nun ist er fort aber ich bin noch da ich will sterben und kann es nicht er hatte mich zu stark gemacht ich trauere immerfort seiner gesellschaft eine Schwachstelle musst du haben keine von der ich wüsste ich war immer die Mitte von Ragnars Schildmauer er hatte mir die Verteidigung seines großen Heers anvertraut mein Fleisch vernarbt und gehärtet durch Ragnar ist wie ein Eisengeflecht es schmerzt mich wie kann ich zu ihm wenn niemand mich im Kampf zu bezwingen vermag ich sehe keinen Weg mehr es sei denn du belehrst mich eines besseren gewähre mir die Ehre gewähre mir die Ehre Ragnars Schildmauer zu durchbrechen ich wünsche dir Erfolg lass mich die Schildmauer glaubst du warum lass sie sich ja vertöten ey wird heute der Tag sein wie fliegt auf Ragnar und wenn Lothi den Tag entscheidet hast du vielleicht eine Chance ich bin eine unbezwingbare Festung das ist mein Segen und mein Fluch ich bin Orbi Klemmer tot ich wünsche dir Tor führt mich zum Sieg kein interessanter Typ auf jeden Fall Aua kann man wenigstens auch Schaden ok wenn wir das Schiss nicht blocken na komm ja glaubst du hat diese Sprüche auch da raus weißt du während er von mir getötet hätte ja bezwinge mich dränger mach dich kaputt einfach nur tot parieren ach nee im Grunde ja komm du bist doch schon tot der Typ der von mir getötet werden will weißt du Tor führt mich zum Sieg ich hätte ja nicht geglaubt dass ich das fühlen würde verletzlich der Tod erwartet ich ich bin gebrochen ja der Sieg ist dein der Sieg ist mein bleibe standhaft und stolz und sterblicher ja ich bin gebrochen das Tor steht dir offen das Tor steht dir offen das Tor steht dir offen ich bin tot wir finden einfach irgendwelche Leute immer irgendwelche Klippen die getötet werden wollen hm ja Rätsel abgeschlossen dringlicher besiegt noch viel weiter ja fertigkeitspunkte noch ok mein Wunder ist dann dass mein erstes Ziel nicht behaupten dann machen wir hier noch was dann haben wir bestimmt hier oben auch noch ein bisschen noch was da machen wir auch noch was zum klettern ne ja kann ich denn cool hier runterrutschen müssen hier runterrutschen nicht naja wird auch cooler glaube ich ja naja so dann haben wir einen Punkt noch zack hier unten den einen noch zack da haben wir uns dann noch 3 hat er noch was cooles bekommen nur ne Ruhe ne Feuerwiderstand ja das ist mir ein bisschen langweilig ein bisschen langweilig komm da wo den Basel hier da ist du 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 ich nicht aber nicht ok dann keine Ahnung so mein nächstes Ziel ist halt das ich dachte wir lenken wir hier nach dem last hier erstmal so ich bin mal eine Mannschaft kein gewisser in der Nähe ja was ist denn das hier warum kriege ich jetzt das so toll nach so viel Spielzeit junge 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 ich geb sie auf ich geb sie auf ist das kalt mein Blut gefriert cool ich bin auch nur 2 Lieder wo oah schon gehen wenn der Schiff hier kaputt machen ne Oah Quatsch Ordnung briechtchen einfach kriegt es nicht hin und bricht einfach ab, lol muss ich nicht verstehen, oder? ach, hier haben wir nochmal ein Tier oder auch nicht Toll verfluchtes Bist Blutferonik war schon was da soo so 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 leichter als erwartet deutlich leichter so ich bin ein bisschen enttäuscht muss ich gestehen war das mein Punkt? na ja da hätten wir jetzt richtig geköpft so so steht das Ding jetzt nicht mehr auf so Sikiro so so Führung so so da können wir nochmal plundern vielleicht sogar so 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 was haben wir jetzt hier ja Köl Kopf des Königsbären du weißt dafür mein Sieg über den Königsbären der Gerber kann daraus einen schönen Jagdschatz fertigen toll so wahrscheinlich haben wir in der Richtung auch noch was, oder? ist ja hier in die Richtung, oder? ja das jetzt, ähm kann ich hier plundern? sieht so aus, ne? jetzt kann ich hier plundern bis jetzt das ne? das das der die 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 der die die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020